Diese verfluchten Templer haben meinen Mann ermordet und ihm seinen Ring vom Finger gestohlen. Sie verdienen den Tod. Ihr sagt, die Templer hätten euren Mann angegriffen? So ist es. Er grub gerade einen Baumstumpf aus. Diese Narren konnten eine Schaufel nicht von einem Magierstab unterscheiden. Aber sie mussten angeblich sicher gehen. Überall wären Rebellen, die sie aus dem Hinterhalt angriffen. Diese kranken Bastarde. Sie nahmen ihm auch den Ring, den ich ihm an unserem Hochzeitstag gegeben hatte. Nur für den Fall, dass er magisch wäre. Lebt wohl. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017